Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Ronaldo treibt den Ball nach vorne Macht er ihn! Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt Da fehlt einfach die Konzentration Chance erstmal vorbei, der Spieler ist dazwischen gegangen Das frühe Pressing jetzt Jetzt vielleicht, wenn sie macht Gut verteidigt hier Da kommt der Schuss, kein Tor Das war natürlich eine Riesenparade, unglaublich, was für ein Reflex Könnte gefährlich werden, wenn es macht er ihn Und es fällt ein weiteres Tor Den Ball dreht er klasse rein, schönes Tor Was für eine Flugkurve mit ganz viel Effekt Gespielt Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an Eindeutiges Resultat bis hierhin Das Debakel ist schon nach Halbzeit 1 perfekt 6 zu 0 der Zwischenstand Ob sie hier noch was anbrennen lassen Durchgang 2 läuft Real versucht es über außen Modric jetzt Der Pass von Modric kommt nicht an, weil es weg Gut da erstmal geklärt Luca Modric Gut gemacht, der spielt den Ball per Kopf weiter Den muss Cristiano Ronaldo machen Und das gibt ein Wurf für Real Madrid Modric Asensio Und jetzt gibt es eine Ecke Ecke groß Kompromisslos geht er dahin, sehr gut Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können Modric Ich glaube, das war die Entscheidung, oder? Da sehe ich genauso, da muss schon ein mittleres Wunder her Und den Ball wollte er genau so machen Klasse Da war für den Torwart aber auch gar nichts zu halten Einseitige Nummer Sie liegen ganz klar vorne Pascal Sohn Einwurf für Real Madrid Casemiro Cristiano Ronaldo Marco Asensio Unaufhaltsam Jetzt vielleicht Da ist er durch, aber er behält die Nerven nicht Ein ganz knappes Ding Ja, bis dahin war es perfekt gespielt Und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration Halbe Stunde noch Dann ist das Spiel vorbei Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen Pascal Sohn Die Vorwärtswegung jetzt Schön dazwischen gegangen Ballverlust Steilpass Modric Und jetzt die Chance Da will er den Ball mit viel Gefühl lupfen Aber er kommt nicht richtig drunter Und dann stimmt die Flugkurve nicht und der Keeper hält Asensio Asensio Da kommt er dran Gute Aktion, er lenkt ihn drüber Jetzt kommt der Wechsel Groß mit der Hereingabe Da geht er hin und faustet den Ball weg Schussversuch Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken Ein berechtigter Freistoß Die Schlussphase dieser Partie und die Fans von Real Madrid, sie singen Sie haben keinen Zweifel mehr am Sieg ihrer Mannschaft Und ich teile diesen Optimismus Das Team spielt heute extrem souverän Groß Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt Groß, groß An die Latte Ja, klasse, Ball erstmal weg Die Kopfballstarken sind mit vorne Gleich kommt die Ecke Ecke groß Sie wollen klären, aber der ist noch heiß Dieses Mal hat er den Ball Guck doch mal, er kann es doch Ganz wichtiges Erfolgserlebnis für den Torwart Bisher war es ja noch nicht sein Spiel Groß mit der Hereingabe Da kommt der Schuss Ganz stark vom Torwart Die kurze Variante Da kommt er hin und er faustet den Ball weg Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt Der war knapp, aber der geht an die Latte Jetzt der Wechsel, Modric geht raus Gutes Spiel von ihm Ein Treffer erzielt Einmal stand Alu im Weg Und der Sieg ist ja auch in Reichweite Sie dominieren und führen kurz vor Spielende Das Ding werden sie nach Hause bringen Der Blick zur Uhr Noch sieben Minuten Gibt's jetzt die Gelegenheit Einwurf Real Nur Marcelo Und nun Ronaldo Viel vorwärtsdrang jetzt Jetzt vielleicht Und das Tor Da macht der Joker sein Tor Glückliches Händchen vom Trainer Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr Heute ist nicht der Tag der Überraschungen Zumindest nicht in dieser Partie Nee, dazu haben sie einfach zu wenig entgegenzusetzen Das muss man dann auch akzeptieren Reguläre Spielzeit ist oben Aber es geht noch weiter Gibt drei Minuten oben drauf Cristiano Ronaldo, Riesenchance Sehr starkes Technik Nicht zum ersten Mal, dass wir das heute von ihm sehen Casemiro Und jetzt geht nichts mehr Der Schiedsrichter pfeift ab So haben sie sich das vorgestellt Erst Seht gut aus Und jetzt geht's Und jetzt geht's Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020